Das CRISPR-Werkzeug besteht aus zwei Hauptkomponenten. Einer molekularen Sonde, auch Guide-RNA genannt, die spezifisch zu dem Zielabschnitt im Erdgut passt, der verändert werden soll, und einer molekularen Schere. Mithilfe von speziellen Programmen kann die Zielsequenz am Computer ausgesucht und von spezialisierten Laboren hergestellt werden. Das so erhaltene Konstrukt kann dann über verschiedene Verfahren in die Pflanzenzellen eingebracht werden. Eine weit verbreitete Methode für Getreide ist die Transformation von Pflanzenembryonen mithilfe von Agrobakterien. Diese Bakterien sind in der Lage, Teile des Erbguts auf einen anderen Organismus zu übertragen. Aber was genau passiert dann im Kern der Pflanzenzelle? Zunächst sucht und findet die molekulare Sonde die passende Zielsequenz im Erbgut. Innerhalb dieser Sequenz schneidet die molekulare Schere den DNA-Doppelstrang vollständig durch. Mithilfe des zelleigenen Reparatursystems kann anschließend an dieser Stelle ein Gen ausgeschaltet, umgeschrieben, also editiert oder ersetzt werden. Nach der Kokultur mit Agrobakterium und Übertragung der molekularen Schere in die Pflanzenzelle wird zuerst eine Kaluskultur induziert, aus der kleine Pflänzchen entstehen können. Ob die Veränderung durch die Genschere erfolgreich war, lässt sich später leicht durch molekularbiologische Methoden herausfinden.